Letztes Spiel in der Regionalliga, die Würzburger Kickers empfangen Darmstadt 98, Esser macht in der 20. Minute Fehler, Nikola Dudek trotz hinaus zu sein 12. Saisontor in der 43. Minute kurz vor der Pause, das 2 zu 0, Boateng tanzt die Abwehr aus und Riedel netzt ein zu seinen 10. Saisontor, Würzburg verabschiedet sich würdig, aber das war immer noch nicht das Ende von Hälfte 1. Ein Sporting, der ungewollte Doppelpass mit Gadawski und der macht seinen ersten Saisontor. In Hälfte 2 lange nicht, was passiert in der 80. Danneberg, mit der Ergebniskorpspolitik macht ihr das 3 zu 1. Sein viertes Saisontor-Vorarbeit kam von Nikola Dudek, entstand 3 zu 1.